Wisst ihr, was eine Wurzelbehandlung ist? Das Zahnmark entzündet und damit ist das Innere des Zahns gemeint, ist eine Wurzelbehandlung oftmals notwendig. Wenn eine Karies immer weiter voranschreitet und nicht rechtzeitig von einem Zahnarzt behandelt wird, ist das Zahnmark betroffen und entzündet. Das kann sehr wehtun. Daher haben die meisten Angst, dann zum Zahnarzt zu gehen. Aber was die meisten nicht bedenken ist, dass gerade die Zahnwurzelbehandlung die letzte Chance sein kann, einen kranken Zahn zu retten. Und das ist viel besser, als ihn ziehen zu lassen, oder? Kommen Sie vorbei, wenn Sie Zahnschmerzen haben. Sie brauchen keine Angst zu haben, Sie sind in guten Händen bei uns. Bis bald!